Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oblivion. Ich begrüße euch ganz herzlich. In der letzten Folge haben wir ja ein wenig rumgetrödelt. Besser gedacht ich. Jetzt möchte ich ein wenig hier... Aha, Arena spinnt. Seid gegrüßt. Willkommen in der Arena. Ich glaube, ich habe euch noch nie hier gesehen. Ich kenne alle Stammgäste, glaubt mir. Wenn ihr die Arena als Kämpfer betreten wollt, müsst ihr hinunter ins Schlachthaus gehen und mit Oven, dem Waffenmeister, reden. Wollt ihr jedoch auf einen Kampf setzen, so seid ihr bei mir goldrichtig. Kämpfe finden den ganzen Tag statt, von 9 Uhr früh bis 9 Uhr abends. Da gibt es viele Gelegenheiten, sich das Geldsäckel zu füllen. Also was sagt ihr? Wollt ihr auf einen Kampf setzen? Nee, ich möchte es nicht... Ah, in Ordnung. Also gut, wenn... Wenn ihr etwas braucht, so fragt nur. Ich nehme eure Wette gern an, falls ihr es euch anders überlegt. Oh, jetzt ist aber traurig. Ich möchte einen Arena-Kämpfer werden. Falls ihr tatsächlich in der Arena kämpfen wollt, müsst ihr hinunter ins Schlachthaus gehen und mit Oven, dem Waffenmeister, sprechen. Geht einfach durch die Tür zu meiner Rechten und steigt die Treppe hinab. Aber legt euer bestes Benehmen an den Tag. Oven ist von Natur aus etwas... Mürrisch. Mürrisch. Okay. Quest angefügt. Die Arena. Einen schönen Tag wünsche ich noch. Wunderbar. Dann Hallöchen. Dann, äh... Geht zu hell, wird bis zum Tode ausgefochten. Okay. Ich bin mal gespannt, ob wir da gut leiden sind. Aha. Blaues Team Gladiator. Das sind die ganzen Gladiatoren. Champion des gelben Teams. Okay. Agon-Gro-Malok. Aha. Okay. Äh, wo ist der Typ? Wo ist Oven? Hey, Oven. Oh, hier sind ein paar Keiler. Okay. Ähm... Wo ist der gute Oven? Der sollte doch hier unten stecken, wurde mir gesagt. Ach, da ist er ja. So sagt schon was. Ne, das ist er gar nicht. Wer in Shinjis Namen seid ihr denn bitte? Also, wenn ihr ein Zuschauer seid, dann begebt euch nach oben und sprecht mit dem Mann am Einlass. Hier gibt es verdammt nochmal nichts zu sehen. Ja. Und wenn ihr einer von den Blödmännern seid, die sich in der Arena beweisen müssen, dann geht zu Oven. Okay, machen wir ja alles. Ähm, ich bin gespannt, ob wir gegen die hier Chancen hätten, wenn die uns versuchen anzugreifen. Und ich weiß nicht, wo der gute Oven ist. Hm. Ach so. Nur befugte Kämpfer dürfen in den roten Salon. Oh. Hm. Allerdings sehen die auch so gut ausgebürstet aus, dass wir vermutlich gar keine Chance hätten gegen die Kanalien da. Vielleicht sollten wir also unser Level noch ein bisschen erhöhen. Oder wir setzen erstmal nur auf den Kampf. Komm, wir setzen mal auf den Kampf. Ah, noch ein glücklicher Zuschauer. Ja. Ihr wollt doch sicher auf einen Kampf setzen. Ja, ja. Auf wen soll es diesmal sein? Auf die blauen oder auf die gelben? Na, komm, wir setzen mal ein bisschen auf das gelbe Team. In Ordnung. Das gelbe Team also. Wie viel möchtet ihr setzen? Ich wette 25 Goldstücke. Gut, ihr habt 25 Goldstücke auf das gelbe Team gesetzt. Viel Glück und genießt den Kampf. Ach ja, solltet ihr gewinnen, dann sucht mich auf und ich zahle euch den Gewinn aus. Okay. Ähm. Dann müssen wir jetzt hier rein, ne? Müssen wir mal gucken, was da passiert. Bis zum Tode wird das ausgefochten. Willkommen. Willkommen in der Arena, verehrte... Was? Hört zu, Knabe. Kein Gequatsche jetzt, okay? Ich bin hier, um Verstümmelungen zu sehen. Nicht, um wie ein altes Weib zu quasseln. Okay. Ist ja gut, du altes Seil. Ihr kamt, um einen Kampf zu sehen. Und einen Kampf sollt ihr bekommen. Was macht die denn? Dies ist alles so grauenhaft und schrecklich, nicht wahr? Ja. Das Blut und die Leichen. Ja. Aber ich habe so viel Geld gewonnen. Ich kann mit den Wetten einfach nicht aufhören. Ich glaube, ich brauche Hilfe. Soll ich dir helfen? Ich könnte dir helfen, aber naja. Das blaue Team tritt gegen das gelbe Team an. Ja. Das ist zum Tode. Schließ die Tore. Ach, das ist in der Ball ist nur eine. Oh. Das blaue hat schon mal gleich einstecken müssen. Das blaue sieht aber auch ein bisschen erwärmlich aus. Die jubeln ja alle. Es gibt es ja gar nicht. Ich glaube, es war gut, dass wir auf das gelbe Team gesetzt haben. Das war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber obwohl der Blaue da mit seinem Prügel auch ganz schön aussieht, mit seinen Fäusten. Na, das wird glaube ich nichts für den. Unsere Gelben werden gewinnen. Los, komm. Der hat eine Keule, die Gelben. Die wird das ja wohl irgendwie noch packen. Freunde, es gibt einen Sieger. Na, bisher wunderbar. Ich hasse diese abscheulichen Arena-Kämpfe. Ja. Ich suche meinen Mann Roderick. Wenn er noch mehr von unserem Geld verliert, ist er ein toter Mann. Ja, dann kann er auch in der Arena antreten erst mal. Auch ihr. So, können wir hier was klauen? Ey, wir können hier sogar eine Zündtasse klauen. Oder einen billigen Wein. Klar. Natürlich. So, hier. Hier wurde gewonnen, glaube ich. Ich glaube, ich habe gewonnen. Ihr habt gewonnen, meinen Glückwunsch. Hier habt ihr euren Gewinn, Freund. 50 Goldstücke. Ihr könnt jederzeit zurückkommen und weiter auf die Kämpfe wetten. Da kann man ja echt richtig Geld machen hier. Ah, noch ein glücklicher Zuschauer. Ihr wollt doch sicher auf einen Kampf setzen. Auf wen soll es diesmal sein? Auf die Blauen oder auf die Gelben? Ich schätze mal, die Blauen werden trotzdem... Oh, Verzeihung, ich... Ich hatte das nur angenommen. Nun, wenn ich noch etwas für euch tun kann, lasst es mich wissen. Wir brauchen das Gold hier jetzt nicht so dringend. Einen schönen Tag wünsche ich noch. Deshalb möchte ich jetzt einfach hier rausgehen. Komm, ist ja jetzt egal. Und Gold. Kaiserstadt Palast. Ach, da wollte ich gar nicht hin. Was soll ich in den Palast jetzt? Ähm... Pfff... Wie kommen wir jetzt am schnellsten hier wieder raus? Ähm... Ja. Wo geht's hier hin? Zur Geheimuniversität. Oh... Nett. Wo würden wir denn jetzt mal hingehen wollen? Was sagen unsere Requests? Okay. Im Arena Schlachthaus. Wenn ich da teilnehmen möchte. Naja, okay. Da er offensichtlich etwas zu verbergen hat, sollte ich nach Geschäftsschluss ein Auge auf ihn haben. Na gut, das machen wir irgendwann anders. Es ist noch nicht so spät. Äh... Er hat mich an Cynderion ins Kinkrad verwiesen. Ah, ja. Karte, bitte. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Das Kinkrad, das ist ja... Kann man hier irgendwie raus scrollen oder so? Auf jeden Fall, das ist ja... Scheint der... Ach, hier ist Anvil. Da unten ist Anvil. Hier ist Kinkrad. Ach, und hier ist die Stadt. Ah, okay. Ah, ich sehe Bescheid. Ich sehe Bescheid. Gut. Ähm, unfreundlicher Mitbewerber. Achso, das ist ja die Geschichte. Kein Meter Sicht. Ja, da müssen wir halt hin. Na gut. Na gut. Das kriegen wir noch hin. Irgendwie. Hm. Hm. Ähm, schauen wir mal. Oder sollen wir doch in die Arena gehen? Aber ich habe keine Rüstung. Das wäre jetzt ein bisschen blöd. Ohne Rüstung in die Arena marschieren. Äh. Vor allem, die ist ja nicht so schwach gewesen, die gelbe Kämpferin. Das werden wir irgendwann noch machen. Jetzt nicht. Tut mir leid. Obwohl, ja doch. Also es wurde sich ja gewünscht im Prinzip, dass wir in die Arena gehen. Deshalb, ich werde jetzt mir eine Rüstung suchen irgendwo. Ähm, und dann können wir auch sehr gerne in die Arena gehen. Aber jetzt erstmal brauche ich eine Rüstung. Wir haben immerhin ein paar kleine Dietriche. Vielleicht schaffen wir es damit. Hö, hö, hö. Was ist los? Das ist sehr unwahrscheinlich. Aber vielleicht schaffen wir es damit, das Tor zu öffnen. Was war das denn? Ich grüße euch. Ja, viele Grüße auch. Hallo, du armer Welcher. Habt ihr meine Münze? Ja, ich habe dir gleich, ich habe gleich eine Eisenmünze für dich. Die ist aber ein bisschen spitz, glaube ich. Die kriegst du dann Rappi-Zappi in, ja, ne, ins Knie. So, laufen wir mal weiter. Achso, falsche Taste, ich laufe ja schon. So, laufen wir hier rüber, über diese Brücke. Vielleicht finden wir ja irgendwen. Also, einen Bogen haben wir ausgerüstet. Können wir ja schon mal bereit machen zum Schießen. Achso, hier, Zauber, ne, Zauber kann ich auch mal ausrüsten. Hier ein paar, den Schützen-Zauber. Kling, damit wir da unsere Levelfähigkeit, unser Levelbeit wieder erhöhen können. Dann können wir auch noch eine Kreatur irgendwann beschwören. Skelett beschwören. Ein Skelett ist auf meiner Seite. Sehr schön, oder? Ist doch toll. Na gut, unser Mana stellt sich wieder her. Ähm, achso, wir müssen auf Toronier. Na gut, Toronier, die Quest, die hat noch ein bisschen mehr Zeit. Das können wir dann irgendwann später machen. Oh, hier gibt's Häuser. Interessant. Wehe habe ich gefunden. So, jetzt ist die Frage, gibt es hier vielleicht einen... Nee, warte. Ähm, nee, komm mal. Also, einen Bogen. Aber erstmal wegstecken, erstmal mit dir reden. Wer hat mich besiegt? Was? Na los, Leute, Leute, im Moment helfen. Oh, na, na, na. Der redet aber ganz schön schnell, ohne zu reden, vor allem. Das ist bestimmt... Wenn es sich um diese Schuppen handelt. Ähm, ich habe schon so viel bezahlt, wie ich werde. Jetzt kann ich mir zum Matten sehen. Nicht... Der redet ein bisschen schnell, ne? Ja, ich will dem alten Fischer helfen. Und gehe fischen. Schade, dann kann ich dich leider nicht umbringen. Eigentlich wollte ich dich, äh, gerade erlegen. Oh, oh. Sehr schön. Eigentlich wollte ich dich gerade erlegen, aber das wird dann wohl nichts. Eine Tonne mit, naja, okay, nichts Besonderem drinnen. Oh, ein bisschen Gold. Reparaturhammer. Komm, wir können jetzt mal ein paar Reparatur... Äh, so ein Reparaturhammer eigentlich mal nutzen. Weil unser eiserner Bogen nicht mehr so wahnsinnig viel aushält. Und unsere Eisenbeinschienen haben es auch mal nötig. So, Reparaturhammer, wo bist du denn? Und da ist er. Auf den eisernen Bogen. Auf die Eisenbeinschienen. Nochmal auf die Eisenbeinschienen. Und auf das Stalkulschwert auch. Und nochmal auf die Eisenbeinschienen. Nochmal. Und nochmal da auf. Und auf den eisernen Bogen. So. Fertig. Mehr müssen wir, glaube ich, nicht machen. Ja, der Rest hält noch gut aus. Okay. Ähm, dann, den haben wir schon mitgenommen, ne? Haben wir schon eingesackt. Okay. Hier gibt's eine Herberge. Die Wavnet-Herberge. Die lassen wir jetzt auch mal Herberge sein. Meinetwegen. Wir gehen jetzt hier weiter. Weil ich wollte ja wieder hier hoch. So langsam. Richtung Charakterkuss. Ähm. Ah, und hier ist eine Wache. Hallo, Wache. Guten Tag. Ähm. Was gibt es, Herr? Ja, was gibt es? Äh, was gibt es denn? Der Kaiser ist tot. Ja. Und seine Thronfolger auch. Mhm. Wir sind eine Legion ohne Anführung. Ja, gut, das kennen wir ja bereits. Das ist ja das übliche Quackel, was ihr da alle sagt. Deutschland ist auch nicht so interessant. Da hinten ist wieder diese eine Ruine. Ne, das ist nicht die Ruine. Das ist eine andere Ruine. Oh. Nett. Eine andere Ruine. Vielleicht gibt es hier einen kleinen Dungeon, wo man ein paar äh, Schlösser, äh, ein paar Dietriche auftreiben kann. Das wäre ja mal was. Oder ist das nur eine Ruine? Eine ganz simple Ruine. Das ist, glaube ich, nur eine ganz simple Ruine. Irgend, ohne irgendwas. Na, oder ist hier vielleicht noch was? Vielleicht tausend hier ein paar Räuber? Kann ja sein. Wir ver-, wir überraschen die mal von hier oben. Ach, nee. Festung Nickel. Ah, da gibt es tatsächlich wieder ein Tor, sage ich mal. So, jetzt nur gucken, dass hier keiner von irgendwo uns überrascht. Es gibt tatsächlich wieder eine alte Tür. Gut, da gehen wir jetzt mal rein. Wir brauchen ja eine Rüstung. Ah, wir haben auch automatisch gespeichert hier. Wunderbar. Was ist das? Okay. Ich zauber mal schnell. Ich rüste mir schnell meinen Skelettbeschwörungstauber auf. Was? Ähm, Skelett, komm! Hahaha. Stirb, du! Oh, oh. Die hat unser Skelett aber wuckizucki tot gemacht. Ah, verdammt. Na? Oh, na, das war's dann wohl für die. Na bitte, haben wir doch wieder was Schönes. Haben wir doch wieder einen kleinen Eisenbrustharnisch und ein paar Pfeile. Und wie gut, dass wir mit dem Eisenharnisch glatt überladen sind. Das ist ja wahnsinnig toll. Verdammt. Das war so nicht geplant. Jetzt müssen wir irgendwas schweres hier weghauen. Eisenbrustharnisch haben wir ja letzt, ähm... Was wiegt denn viel? Wir haben gar nicht so viel, was viel wiegt eigentlich. Ähm, ja, toll. Was haben wir denn in Massen? Gucken, sagen wir es mal so. Diesen schuppigen Pelz-Borling. Naja, komm. Das ist... Das wiegt ja auch nichts. Diese Seelensteine wiegen auch nichts. Das ist irgendwie alles in Summe oder so, dass das reinhaut. Äh. Hm. Ja. Oder sollen wir ihn doch wieder ablegen? 30 immerhin. Das ist echt heftig. Hm. Hm. Die können wir erst mal ablegen hier. Komm, die braucht doch kein Mensch. Ausdauer wiederherstellen habe ich hier 12 Stück von. Die könnte man natürlich verkaufen. Das habe ich wieder verpeilt. Hier die Wut. Okay. Lassen wir es erstmal hier liegen. Und äh. Schleichen wir uns hier weiter rum. Hier sind zwei Gittertüren. Achso. Hm. Nein. Niemals mache ich das. Das vergesst ihr mal ganz schnell, Leute. Athletikfähigkeit vergesst. Nein, ich mache die Türen nicht auf. Ich gehe einfach hier weiter. Hier ist aber nichts. Hier ist auch nichts. Ist doch bestimmt eine Falle. Ist doch bestimmt eine Falle. Da kommt doch bestimmt gleich irgendwas raus. Das sehe ich doch schon. Hier, das Ding da. Hier ist wieder so eine Brücke. Ah, da unten steht jemand. Wenn ihr es auf Ärger anseht, könnt ihr gerne Ärger haben. Na? Hallo. Na, Löchen. Das ist ein... Wo will der denn hin? Hey. Mach doch nicht ab. Hm. Jetzt läuft der uns extra weg. Ist auf jeden Fall irgendeine Räuberbande hier. Ach, da läuft er jetzt lang. Was machen die denn hier? Die greifen sich alle gegenseitig an. Ihr habt euren Meister gefunden, Elfen. Wir kennen uns die gefährlicher waren als ihr. Was machen die denn da? Die greifen sich alle gegenseitig an? Hä? Wie bescheuert sind die denn? Was machen die denn hier? Die sind ja alle blöd. So, komm. Dich da hinten erwische ich doch noch. Haha. Schützenfähigkeit verbessert. Na? Stirbst du langsam mal da hinten? Ach, läuft weg. Wer greift die denn eigentlich an? Was machen die denn da? Finde ich aber lustig. Einfach mal von hier drinnen voll drauf semmeln. Und dann gucken, was passiert. Die bringen sich alle gegenseitig um. Das ist sehr schön. Ich weiß nicht, was das soll. Aber lustig ist es. Na gut. Sammeln wir erstmal unseren Pfeil wieder auf. Und gucken wir mal hier in die Kiste rein. Ah, Moment. Dafür. Halt. Wo ist... Ey, wo ist... Wo ist... Wo ist meine Maus? Meine Maus ist weg. Ach, da ist die Maus wieder. Da ist die Maus wieder so. Da kann man auch was viel besseres. Sehr einfache Schloss öffnen hier. Also bitte. Geht doch so. Kloing. So, na bitte. Ein bisschen Gold drin. Haha. Ähm. Zu euch runter. Ich guck mal. Vielleicht find ich ja noch einen Weg zu euch. Da, da, da läuft einer. Ach, und da steht diese Magierin. Die werde ich doch mal treffen irgendwann. Na, bitte. Jetzt hab ich sie getroffen. Ha. Und ich hab schon fast keine Pfeile mehr. Dieses Tor wird anderswo geöffnet. Na, hier offensichtlich. Na, und von da kommt nichts. Okay, das Tor wird aber auch geöffnet. Sehr schön. Ach, und hier liegen die ganzen Toten. Hm, hm, hm. Das ist zumindest einer. Ah, der hat einen Pelzbrusthanisch. Das ist doch schon besser. Das ist doch schon besser. Dann können wir den nämlich uns schnappen. Und der hat einen Dietrich dabei. Ja, wunderbar. Wunderbar. Eisenfalte lassen wir erstmal liegen. Ich werde jetzt erstmal schnell hier den Pelzbrusthanisch anlegen. Und hier ganz schnell nach oben scrollen. Ähm, wo ist der? Da. Schutz 2. Naja, okay. Passt schon. Den Messingperlring können wir auch mal anlegen. Pfff, dann weiß der Geier warum. Würden wir den brauchen, aber. So, gibt's hier noch wen? Die sind alle tot. Hm, ist ja interessant. Truhe. Mit ein bisschen Gold drin. Wunderbar. Ich glaub, wir haben so ein altes Räuberlager hier aufgespürt. Und hier liegt eine Leiche im Wasser. Mit ein paar Eisenfal- Eisenbrusthanisch. Ja, das ist aber auch wieder so ein schweres Ding. Das will wieder kein- Oh! Eisener Dolch. Könntest du behalten. Hier ist noch ein Toter. Warte, was machen die denn alle hier? So. Ähm. Der hat gleich zwei Bögen dabei. Weiß der Geier, was der David will. Oh. Hier, da sollten wir- Ey. Ich kann unter Wasser nicht springen. Was ist das denn? Was ist das? Was ist- Oh, ich muss schnell hier hoch. Was ist das für ein Mist? Oh. Wie kann ich- Ah, so kann ich unter Wasser. Ah, so geht das. Okay. Ah. Okay, 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 okay. Boah, ich war gerade etwas, äh, etwas konfus. So, wo bin ich auf welcher Seite? Ein Eisener durch. Aha. Was sind das für welche? Marodeur-Bogenschütze. Okay, ein Marodeur, also. Okay. Das ist hier Bandit-Banditen-Battle-Magierin. Battle. Die kann voll gut battle. So, meine ganzen Pfeile liegen hier auch noch irgendwo verstreut. Die sind hier alle bestimmt irgendwo verschütt gegangen. Oh, der Dolch ist leider runtergepurzelt. So, was haben wir hier? Hier noch eine Truhe. Kleiner Seelenstatt. 53 Gold. Boah, krass. Oh, hier noch eine Kiste. Oh, mit noch ein paar Tränken. Ja, immer her damit. So, jetzt können wir uns dann zur Arena aufmachen. Wo führt diese Tür hier hin? Aha. Okay. Okay. Jetzt kommen wir hier durch. Okay. Äh, hä? Hier ist noch eine Brücke. Hier ist aber eine andere Brücke. Ähm. Ähm. Das ist aber nicht der Weg, den wir gekommen sind, oder? Doch, ist das der Weg, den wir gekommen sind? Ich vermute mal. Doch, da, ja, klar. Hier ist ja eine offene Tür. Das ist genau der Weg, den wir gekommen sind. Ach, Mensch. Ja, Leute, dann können wir hier die Folge doch wunderbar beenden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann gehen wir hier raus und schauen uns mal um. Macht's gut. Ciao. Muito Ak Bodrum. Ich liebe dir, dass du mal wieder orچサ機 anstellt.